HIV-Medikament. Ergebnisse machen die Forscher sprachlos. Mars in höchster UV-Auflösung und wir kennen unser Universum nicht. Das sind drei der fünf Themen in den Clixoom Top 5 News. Jetzt geht's los. Krankenhäuser machen krank. Jeder Mensch hat ja an, in und um seinen Körper Bakterien. Das ist ganz normal. Die Mikroorganismen wandern ja sogar mit uns. Mehr als 10.000 verschiedene Bakterien leben in und um uns Menschen herum. Krank werden wir nicht unbedingt wegen diesen Bakterien. Krank wird man einer neuen Studie des European Center for Disease Prevention and Control in Stockholm nach in Krankenhäusern. In den Räumlichkeiten von europäischen Krankenhäusern, Kliniken und ähnlichen erkranken jährlich rund 2,5 Millionen Menschen an den sogenannten Krankenhauskeimen. Wie zum Beispiel Durchfallerreger, Infektionen an der Lunge und so weiter. Und bezogen auf 30 europäische Länder sterben sogar 91.000 Infizierte an den Keimen. Und ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, der Grund dafür liegt zum Großteil an Resistenzen. Die Antibiotika-Resistenz zum Beispiel. Zitat, umso wichtiger ist es, sich verstärkt um die Vorbeugung und Bekämpfung solcher Infektionen zu bemühen, um die europäischen Krankenhäuser letztendlich zu sicheren Orten zu machen, sagen die Wissenschaftler im Fachmagazin PLOS Medicine. Dieser Krankwerden im Krankenhaus Teufelskreis koste uns Europäer in einem einzigen Jahr ganze 2 Millionen potenzielle gesunde Lebensjahre. Mars in höchster UV-Auflösung. Der rote Planet beschäftigt uns in letzter Zeit ja immer wieder und auch heute gibt es etwas Spektakuläres. Während die Landesonden auf dem Mars den Höhepunkt der Sturmsaison erwarten, hat die über Mars fliegende NASA-Raumsonde MAVEN Fotos über Fotos von dem Planeten geschossen. Einige dieser Fotos haben jetzt für Aufregung gesorgt. Zitat, MAVEN hat in den letzten Monaten hunderte Aufnahmen gemacht und uns damit den Mars in bisher höchster UV-Auflösung gezeigt, berichtet Nick Schneider von der University of Colorado in Boulder. Die im ultravioletten Bereich aufgezeichneten Bilder gewähren den Forschern einen tiefen Einblick in die Wolkendynamik und das Ozon hier in Altrosa auf dem roten Planeten. Anhand der neuen Aufnahmen konnten die Experten frühere Aufnahmen zum sogenannten Nachtglühen bestätigen. Erreichen Sonnenstrahlen in Mars stoßen sie photoschemische Reaktionen an, darunter auch die Spaltung von Kohlenstoffdioxid. Die gespaltenen Teilchen schwirren dann im Verlauf des Tages über die Marsoberfläche und werden von den Marswinden auf die von der Sonne abgewendete Seite transportiert. Dort läuft dann eine weitere Reaktion ab. Stickstoff und Sauerstoff verschmelzen sich zu Stickstoffmonoxid. Letztere Reaktion zeigt sich auf den MAVEN-Aufzeichnungen im Ultraviolett. Wir kennen unser Universum nicht. Wie viele Sterne gibt es eigentlich im Universum? Bezieht man die Frage auf unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, scheint die Antwort sehr einfach zu sein. Die Milchstraße umfasst rund 300 Milliarden Sterne. Wobei auch das nicht korrekt ist, da ständig Sterne sterben. Stichwort Supernovae und auch ständig neue Sterne entstehen. Also exakt geht das nicht. Im gesamten Universum sollen es grob geschätzt, also grob, 10 Trilliarden Sterne sein. Diese grobe Schätzung ist einigen Wissenschaftlern verständlicherweise zu ungenau. Neuen Forschungsergebnissen der University of Nottingham. Zur Folge habe man sich bei solchen Schätzungen bisher auch mehr als nur ein bisschen geirrt. Denn wie Christopher Concilies berichtet, habe man noch mehr als 90 Prozent der Galaxien im Universum zu erkunden. Im Zuge des Great Observatories Origins Deep Survey, kurz GUTZ, errechneten sich die Forscher anhand von bestehenden Galaxiemodellen unter Zuhilfenahme des Hubble-Teleskops und weiterer Teleskopaufnahmen, die bis heute noch im verborgenen gebliebenen Galaxien. Das Resultat. Unser Universum umfasst rund zwei Billionen Galaxien, die natürlich auch eine hohe Anzahl an Sternen aufweisen. Die Zahl der Galaxien ist damit zehnmal so hoch wie bisher angenommen. Was erwartet uns denn dann in der Zukunft, wenn wir erst jetzt feststellen, dass wir eigentlich so wenig von unserem Universum kennen? Das fragt sich auch Concilies. Zitat, wer weiß, welche spannenden Eigenschaften wir finden werden, wenn wir diese Galaxien mit zukünftigen Generationen von Teleskopen erforschern. Zitat Ende. Es bleibt also weiter spannend. Neue Crew. Die internationale Raumstation ISS bekommt neue Besatzungsmitglieder. Sergej Rischikow, Andrei Borisenko und Shane Kimbrough traten am 19. Oktober 2016 ihre voraussichtlich fünf Monate lange Mission ins All an. Es sieht so aus, als wären die drei Menschen zusammen mit einem Zugabteil auf dem Weg zum nächsten Bahnhof. Es geht aber tatsächlich zwei Tage durch das Weltall. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es spricht über die Resultate einer im Fachmagazin AAAS veröffentlichten klinischen Studie über Therapieansätze im Fall von Immundefizienzviren, zu denen auch der HI-Virus gehört. An Resus-Affen testeten die Forscher sogenannte Alpha-4-Beta-7-Antikörper. Vor der einjährigen Verabreichung dieser Antikörper und gängiger antro-retroviralen Medikamenten infizierten sie die Affen mit einem Immundefizienzvirus. Es war der Simianen-Immundefizienzvirus. Und tatsächlich, ein Jahr Therapie schien äußerst erfolgreich gewesen zu sein. Zitat. Wir haben guten Grund zur Hoffnung, dass die Therapie im Menschen ganz ähnlich funktioniert. Es ist bekannt, dass die SI- und HI-Viren sich insbesondere in den CD4-plus-T-Zellen in der Darmschleimhaut vermehren und eine chronische Infektion etablieren. Der Antikörper verhindert das Einwandern dieser Immunzellen in die Darmschleimhaut. Eine weitere Ausbreitung der Viren wird dadurch effektiv unterbunden, so Lutz Walter vom Deutschen Primatenzentrum. Warum der Antikörper eine solche effektive Wirkung zeigte, können sich die Forscher allerdings noch nicht vollständig erklären. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo da. Dafür hier klicken und wenn ihr hier klickt, kommen wir zu einem Video, in dem wir uns mit der überraschend schnellen Ausdehnung unseres Universums beschäftigen. Und habt ihr schon Erfahrungen in Krankenhäusern mit Keimen gemacht, die diese neuen Erkenntnisse bestätigen könnten? Schreibt mir eure Erfahrungen und Meinungen in die Kommentare und ansonsten bis dann. Bleibt dran.